Let's Play Earthbound 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 So, ich nehme jetzt Warte mal Geht die Multi-Bottle Rocket auf mehrere Gegner und die Big Bottle Rocket nur auf eine? War das der Unterschied? Oder feuert die Multi-Bottle Rocket mehrere Raketen auf einen Gegner ab? Ach guck mal hier hätte ich Moment jetzt muss ich leider doch noch mal zurück denn wenn er auch eine Viper hat dann wird sie jetzt diejenige sein die mit Freeze um die Ecke kommt und zwar mit dem Omega Freeze nein, wir nehmen jetzt wir nehmen jetzt hier die die zweitbeste Stufe damit ich die Vergleichbarkeit gleich habe wenn ich im Anschluss vielleicht Feuer oder so ausprobiere so, hier bleiben wir bei der Big Bottle Rocket und du du wirst jetzt die Viper einsetzen die ja Icy Hand ach so, das ist der Geist die Viper die ist ja mit garantierter Vergiftung so wurde uns das damals verkauft nur 188 okay, gut, dass ich nicht das Allerteuerste genommen habe Viper is biting Black Red of Doom got poisoned sehr gut das ist jetzt so ein Gegner gewesen wo es mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht überrascht hätte wenn die immun gewesen wäre gegen gegen Vergiftung felt pain from the poison and took ach so, 20 HP er took a bite using oh oh also er wird es auf jeden Fall überleben das ist schon mal die gute Nachricht aber da hört es dann auch schon auf mit den guten Nachrichten ähm okay so nächste Frage ist Zustandsveränderung ja oder nein ich würde jetzt mal einmal eine Paralyse probieren wenn das nicht klappt dann greift er dann ab sofort nur noch an bei ihr würde ich sagen versuchen wir jetzt mal Feuer nachdem Eis eher so semi-erfolgreich war Ralf wird jetzt ich weiß nicht ist der so stark muss ich meine Rockets jetzt alle verschießen ich habe aber eigentlich die Kohle ups was habe ich denn da gerade ausgewählt ich wollte ich könnte jetzt auch eine Superbomb auf den schmeißen machen wir das einfach mal so so und du musst jetzt heilen irgendjemand muss heilen und die Ehre wird jetzt dir zuteil denn dem Ralf dem geht es nicht mehr gut und das können wir alle nicht akzeptieren ich hoffe da sind wir uns einig so Mandy jetzt einmal schön die Ratte durchbrutzeln 172 warum kommt sie nicht auf 200 Schaden Peter hat vorhin relativ wenig Schaden mit seinem normalen Angriff gemacht ähm Paralyse jetzt bin ich gespannt did not work schade aber did not work sagt mir halt glaube ich nicht ob der generell immun ist dagegen was hast du für ein Problem mit Ralf Ralf hat in der Vergangenheit bestimmt irgendwie Ratten von seinem Hof verjagt oder so auf bitterböse Art und Weise und jetzt rächt sich das andere Erklärung habe ich gerade nicht ok so wisst ihr was ich werde dann mal wenn wir gerade eh schon in unserer lustigen Experimentierrunde sind hier nochmal Music Better probieren da wir hier auch nur semi erfolgreich waren würde ich einmal noch Thunder versuchen also nicht dass das Ding am Ende ultra empfindlich ist gegen Blitz und wir wissen das alle nur noch nicht und hier nehme ich jetzt nochmal eine Big Bottle Rocket weil wir die halt nachkaufen können hoffe ich so und hier könnte man mal Starstorm probieren aber ich muss halt ich muss halt Ralf irgendwie heilen nächste Runde dann nächste Runde jetzt heile ich ihn noch einmal und in der nächsten Runde übernimmt dann Peter das Heilen damit Olaf äh damit Olaf mal seinen Star-Angriff hier bringen kann oh nein wenn ein HP kommt ne doch nicht ich würde sagen wenn ein HP Schaden nur kommt jetzt wird es hier auch nicht treffen ok das ist so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit bei ein Schaden bei ein HP Schaden bekomme ich immer so ein bisschen Panik weil ich dann denke dass der nächste Angriff auf den nächsten Charakter dann halt richtig eklig werden wird so wie das teilweise bei dem ein oder anderen Sumpfgegner gewesen ist aber das war gar nicht der Angriff der Ratte das war der Angriff des Geistes ich verwechsel das immer muss ein bisschen genauer hingucken wobei ich hoffe dass der Geist uns in Ruhe lässt ach das war's schon oh ich wollte jetzt einfach noch den Star-Zauber von Olaf einsetzen aber was nicht ist das ist nicht 28.000 die O-Babies die freuen mich gerade mehr die impressen mich gerade mehr als der äh als die Menge an Erfahrung aber das sieht doch schon mal gut aus ich hab das Gefühl dass bei Peter immer irgendwie besonders oft so Zusatzboosts mit reinkommen Defense Down Omega klingt gut klingt sehr gut hatte ich schon eine Defense Down Zauber Auswahl die ganze Zeit bestimmt ne wenn ich jetzt Omega bekommen hab hab ich irgendwie nie in Erwägung gezogen ich frag mich gerade warum weil ich in anderen JRPGs schon ganz gerne die Defensive meiner Bosse reduziere wenn ich die entsprechenden Werkzeuge dafür habe aber naja so Peterchen jetzt musst du einmal dem Ralfi ein bisschen weiterhelfen und jetzt bin ich gespannt jetzt werden wir nämlich das nächste Mal den Soundstone einsetzen können aber was ist mit dem Geist aaa die Ecke die konnten wir vorher schon inspizieren oh nein hätte ich zuerst mal zu dem glitzernden Dings da hingehen sollen ich hätte gedacht dass das glitzernden Steindings da dass das der richtige Interaktionspunkt wäre aber keine Ahnung irgendwie habe ich geistig fast ein bisschen liebgewonnen Peter saw a baby's bottle but just for an instant Peter's Soundstone recorded the melody of Magnet Hill aaa Peter opened the chest wow es geht das schon wieder los there is a carrot key inside a carrot key ok es gibt den Hinttypen es gibt keinen grundschreienden im Kreis zu rennen und in Panik zu verfallen ich kann wenn ich nicht weiß was ich damit tue und soll immer den Hintman befragen und hiermit kann ich gar nichts machen das ist glaube ich voll egal gewesen wo ich hingelaufen wäre diese Animation wäre so oder so gekommen ok auf jeden Fall muss der carrot key mir irgendeinen neuen Weg öffnen ich erinnere mich noch an eine verschlossene Tür tatsächlich nämlich die in diesem beweglichen Tower der uns in der Wüste irgendwann hinterher gerannt ist da bin ich irgendwie nicht durchgekommen aber ich glaube nicht dass das der Key dafür sein wird oder und mit dem Eraser Eraser habe ich bisher auch glaube ich noch nichts gemacht aber erst mal hier lesen Carrot key a special type of bunnies favorite carrot bunny wo hatten wir mit bunnies zu tun ich weiß das meint dass mein Hauptziel ja eigentlich ist immer noch dieses Scheinesbuch zu finden um dann in den Underground bei den Tenders absteigen zu können irgendwie so da werde ich mich jetzt scheinbar über ein paar Umwege auch hinbegeben beziehungsweise annähern das heißt wir haben noch drei Bosse das Spiel ist aber ganz schön umfangreich muss ich sagen also ich hätte tatsächlich gedacht dass Earthbounds so Pi mal Daumen auch gemessen an anderen Projekten die ich jetzt so hatte aus der Retro-Ecke ich hätte gedacht dass das so Pi mal Daumen 50 Parts werden würden aber ich bin ich bin positiv überrascht dass das hier echt noch noch scheinbar eine lange Reise werden wird weil das Spiel ist bisher super abwechslungsreich gewesen auch wenn ich hier und da meine Frustmomente hatte aber das das muss man ihm das muss man ihm anerkennen wo kommen denn jetzt die Mäuse auf einmal her so warte mal kann ich mich hier wegporten safe kann ich das nicht weil hier zu wenig Platz ist okay dann werden wir wohl hä ich verstehe nicht den Punkt den man hier erreichen muss um das hier auszulösen aber wegporten tut es mich auch nicht oder ich stand vorhin ganz woanders als diese Animation kam aber nicht dass ich jetzt hier noch irgendwas machen kann warte mal was habe ich zuletzt an items bekommen monkeys love wird mir hier nicht weiterhelfen eraser eraser use man use eraser eraser but nothing happened nein achso ich dachte es geht schon wieder diese Animation los ich will einfach nochmal gucken ich kann mich ja hier scheinbar nicht hinporten oder nicht über die Mauer rüberspringen oder so das heißt wenn ich hier irgendwas machen muss und das dann erst in 20 Minuten feststelle und den ganzen Weg nochmal zurück laschen darf dann wäre das halt nicht so geil und ganz ehrlich die Viper die kann ich auch irgendwann raushauen weil der Vergiftungsschaden der war gerade so wenig oder du hast bei anderen Gegnern da irgendwie bessere Effekte kein Plan ne ich hab keine Ahnung wir gehen jetzt zurück lange genug hier aufgehalten so waren die jetzt besser als die Rattengegner ich weiß es nicht ah guck mal ich muss sie nicht mal mehr bekämpfen oder ach doch ach grün war ja grün war ja Kampfforteil für uns die Farbe dieses Kringels sagt nämlich nichts darüber aus ob der Kampf stattfindet oder nicht das hätte ich jetzt nach zig Spielstunden eigentlich auch mal verinnerlichen können aber ich bringe das immer wieder durcheinander so schneller laufen kann ich leider nicht deswegen müssen wir uns jetzt hier mit diesem mit diesem Schneckentempo irgendwie arrangieren aber ich muss ja jetzt eigentlich auch gar nicht mehr aufs Festland so lange bis ich den eigentlichen Ausgang gefunden habe hä waren hier beim letzten Mal auch schon Gegner draußen wird übrigens ja okay Wahnsinn ich erinnere mich noch an die Tonnen im Wasser wie konnte ich das denn verdrängen ja indem ich es einfach verdrängt habe da habe ich mir auch selber gerade schon die Antwort gegeben aber ich glaube ich komme hier oben gar nicht raus ich glaube das war nämlich der Bereich wo ich damals die ganze Zeit nach rechts gelaufen bin ist da unten ein Gegner ja greift er mich gleich an ich weiß es nicht ne der duckt sich weg heißt das dass der Kampf eventuell gar nicht stattfindet wenn der jetzt hier alleine ist doch der findet statt aber der hat mich nicht angegriffen das verstehe ich jetzt nicht ich dachte immer ich kann so ein bisschen als Orientierungspunkt nehmen dass wenn die Gegner vor mir abhauen dass die dann so schwach sind dass wenn ich ihnen hinterher renne dass äh der Kampf vom Spiel halt schon rausgeschnitten wird quasi aber dem ist scheinbar nicht so boah hier ist gerade voll laut sorry aber ist wieder Baustellen gedüns ich hab heute wenigstens dran gedacht die Fenster zuzumachen aber man hört trotzdem hier und da mal irgendwie einen Hammer oder irgendwas zu Boden knallen oder so keine Ahnung was das für Geräusche sind also nur falls ihr euch fragt ob hier Remi Demi ist die Antwort lautet ja aber nicht bei mir in der Wohnung sondern außerhalb so da sind Mäuse ich erinnere mich noch an die die waren gar nicht so ohne die waren gar nicht ohne aber ich glaube die die Tonnen waren beim letzten Mal der schlimmste Gegner für mich geht die auch mal weg oder ne ich glaube die hat sich ganz gut arrangiert mit dem Platz aber eventuell kann ich an der auch vorbei oh oh die hat sich erhoben aber die Maus lässt mich auch in Ruhe aber wenn ich jetzt die Maus angreife dann kommt die Tonne hinterher die Roaches die nehme ich auf jeden Fall mit jetzt will ich ja immer einen Gegner bekämpfen und dann sehe ich den hier nicht mehr ach doch da sind sie die sind nämlich eigentlich so herrlich unkompliziert zu bekämpfen die Betonung liegt auf eigentlich denn dieses eigentlich impliziert dass meine Leute wenigstens alle treffen aber wenn das zwei Leute in der ersten Runde nicht tun dann holen sie halt manchmal auch aus und tun uns weh genauso wie Olaf das jetzt gerade volle Mühre abbekommen hat aber alles nicht so dramatisch ich will nicht gegen die Tonnen kämpfen ich nehme die Bugs mit ich nehme gegebenenfalls die Ratten hier auch mit aber ich nehme nicht die Tonnen mit wenn sich das irgendwie vermeiden lässt hier ist schon wieder richtig Tonnenalarm so warte mal wenn jetzt noch mal eine Tonne kommt die hinter der Leiter ist ne ist jetzt nicht mehr aber die hauen ab die Ratten hauen ab ist eigentlich voll die gute voll die gute Stelle um hier zu leveln weil ich hier immer die Kampfforteile rausholen könnte ich weiß übrigens gerade nicht ob ich den richtigen Weg lang laufe aber ich vermute ja ich hoffe dass ich nicht irgendwo eine Möglichkeit übersehen habe über die Mauer zu hüpfen da draußen oder so aber du bist von außen halt nicht reingekommen warum sollst du dann von drinnen rauskommen so wisst ihr was ich meine eigentlich wollte ich die Kämpfe rausschneiden jetzt seid ihr aber drin jetzt müsst ihr jetzt seid mitgehangen mitgefangen sagt man so schön jetzt müsst ihr da mit mir zusammen durch auch wenn das wenig spannend war aber die Kämpfe gegen zwei von den Roaches sind auch nicht viel spannender also haben wir alle alle nichts verpasst aber viel gewonnen im Sinne von den leicht verdienten Experience Points die wir hier bekommen so wenn wir die Tonne jetzt hier irgendwie wegkriegen könnten dann wäre das ganz famos wenn das zumindest bei einem Gegnertypus bleiben würde ja ist halt ein bisschen langweilig weil ich immer die gleichen mitnehme aber das soll ja nicht euer Thema sein denn ich wollte gerade sagen denn ich habe ja meine digitale Schere ich dachte die tun sich jetzt hier zusammen aber scheinbar scheinbar nicht das heißt das wird jetzt auch ausgeschnitten ja guck mal guck mal wie gut wir sind wir müssen für knapp 3000 nicht mal mehr in den Kampf einsteigen Tonnen ich wollte jetzt nur noch mal gucken ob wir hier noch mal vielleicht weitere leichte Gegner ohne weiteres mitnehmen können bei EP oder Experience verschenken oh will ich jetzt auch nicht das habe ich mir selber hier mein eigenes Grab geschaufelt weil diese Tonne geht jetzt wahrscheinlich nicht weg also was heißt Grab geschaufelt ey ganz ehrlich die können nix findet der Kampf überhaupt statt ja ja weil ihr die starken Obermarker hier seid so ist das nämlich die starken Obermarker mit den 3 Zehen ich finde dass sie sehr creepy aussehen nach wie vor weil die so ein gruseliges Gesicht haben die haben die haben so ein richtiges so ein richtiges Gesicht wie klein Betty in Kindheitstagen Albträume von bekommen hätte ich habe als Kind wirklich vor vor bestimmten Fratzen immer Angst gehabt auch in auch in Cartoons oder Anime Serien und so es gab so bestimmte Fratzen so Münder und so bestimmter Augenform die mir einfach mega Angst gemacht haben so ganz ganz schwer für andere greifbar zu machen weil ich konnte nicht sagen die Kategorie oder die Kategorie hat mir als Kind besonders viel Angst gemacht Insekten ist vielleicht noch die einzige Kategorie das habe ich alles schon traurig tut mir leid ich will mich nicht über den lustig machen aber es wäre sehr vermessen davon auszugehen dass wir ja eigentlich die ganze welt retten wollen jetzt ruht Vater an nee jetzt kommt der Fotograf warum denn jetzt erst weil Olaf so schön ist und mit Olaf das ganze Foto jetzt irgendwie einen anderen Mehrwert hat oder was ich meine wir sind hier schon öfter mal ein und ausgegangen er wollte nie ein Foto von uns haben der einzige Unterschied zu damals ist dass unsere Gruppe jetzt größer ist daher die Vermutung dass der Fotograf vielleicht ein Auge auf Olaf Karte ich bin intuitiv schon in die richtige Richtung gelaufen ich weiß doch inzwischen wo sich der hint befindet und trotzdem laufe ich immer wieder ich laufe nicht immer wieder falsch ich wollte sagen trotzdem rufe ich immer wieder die Karte auf obwohl ich das erste hint mit dem ich gerade gar nichts anfangen kann der eraser erased erasers aber wo soll ich denn ein eraser erasen versteht ihr was ich meine ups also ich muss auf jeden Fall jetzt scheinbar irgendeinen Weg finden um dieses item zum Einsatz zu bringen aber wo soll das sein und warum hat jetzt der Karottenschlüssel hier keine Funktion Applegates invention that erases something that looks like an eraser that also might be blocking your way ich muss jetzt mal ganz kurz gucken was für übersetzungsmöglichkeiten es für eraser gibt eraser ist für mich ein radierer also erase ist ja irgendwas auslöschen irgendwas weg machen vielleicht gibt es aber noch andere übersetzungen die warte ich gucke ich muss da jetzt mal live durch weil ich habe mein handy zur hand es dauert nicht lange radiergummi radierer löscheinrichtung radiermesser ratzefummel ratzefummel wobei wenn ich so drüber nachdenke wir haben damals in der schule auch immer ratzel dazu gesagt lange ist zähre aber wo zur hölle hat ein radiergummi oder ein radierer wahrscheinlich ist damit was anderes gemeint was ich gerade nur nicht ich verstehe wo hat mir sowas jemals einen weg versperrt ink eraser eraser pencil radierstift löschfenster blackboard eraser tafel schwamm board eraser tafel reiniger reiniger löschen löscher hatte ich mal vielleicht so ein wie heißen diese dinge da wo die feuerwehr immer immer ran muss wenn es irgendwo brennt hat mir sowas jemals irgendwie einen weg versperrt das wäre vielleicht noch ein ansatz aber ich habe keine ahnung ich bin schon froh dass ich mir diese tür merken konnte die in dem tower versperrt gewesen ist aber ich könnte mich jetzt auch erstmal in foresight umgucken ich meine ich habe jetzt auch einige hinweise schon bekommen in den kommentaren dass ich in foresight mal irgendwie gucken soll weil es hier scheinbar was neues geben soll jackis café was where the deal with the evil entity took place I can't believe it can you ne ehrlich gesagt nicht oh ne ich mag also so ganz random irgendwo rumlaufen und hoffen dass ich irgendwo eine richtige person anspreche mag ich gar nicht ich gucke jetzt mal ob die mir dinge sagen die mir bekannt vorkommen war ich hier nicht das café irgendwo wo war denn das café nochmal ich hätte das jetzt hier vermutet aber hier ist es nicht das ist halt leider auch nicht eingezeichnet ne sonst hätte ich mir das nochmal als orientierung nehmen können das Mr. Monatoli has lost quite a bit of his resources ja das wird er schon irgendwie verkraften also es ist nicht so dass er jetzt irgendwie am hungertuch ziehen muss nagen muss wie heißt diese redewendung keine ahnung I heard your friends of the runaway five I'm jealous ja die haben wir jetzt aber auch schon ne weile nicht mehr gesehen so ich brauche jemanden der mir jetzt wirklich einen guten hinweis gibt einen besseren als der den der hintman mir gegeben hat I heard they couldn't find the buried gold those guys worked really hard but all they got was a diamond ja ist doch viel geiler oder und die Frau hat sich über den diamond gefreut Venus she's become even more beautiful ok habe ich jetzt hier irgendwo noch ein to do mit Venus offen das hatten wir doch beim letzten mal alles schon just as I thought Monatoli has a portion of Evids power aha hilft mir alles nisch Leute hilft mir alles nisch wo ist das Café von dem die Rede war das war doch unten links in der Stadt das war doch unten links oder gibt's das nicht mehr links neben dem Hotel hätte ich gesagt ich suche mal nach irgendwas was uns hier weiterhilft Leute sonst kommen wir hier heute gar nicht mehr vom Fleck oh nein nein ich will keine crazy Taxis besiegen bitte bleiben sie mir fern ok bei ne Bar oder sowas die ja hier auch nicht als Anlaufstelle ich weiß nicht wo ich hin soll so ich hab jetzt hier nichts weiter gefunden ich hab jetzt mit dem einen oder anderen noch gesprochen das hab ich hierunter mal vorgelesen mich dann doch entschlossen das rauszuschneiden weil das irgendwie auch keinen Mehrwert gebracht hat ähm ja ich muss jetzt wieder nachgucken Leute ich glaube das was ich jetzt gefunden habe das hat erstmal nichts mit dem Eraser Eraser zu tun aber ähm ich weiß jetzt zumindest wo es einen Weg gibt wo ich noch nicht gewesen bin das Blöde ist nur ich glaube ich darf dann jetzt wieder den ganzen langwierigen Weg über über Winters gehen ich muss nämlich zum Stonehenge wieder zurück äh und das werde ich jetzt einfach mal tun denn dort gab es etwas es wird mega geil wenn du dich ja einfach zum in der Alarm wurde mir auch gesagt dass ich da nochmal hin soll da gibt's da gab's diese Bunnies das weiß ich noch als wir mit Olaf dort gewesen sind das wäre vielleicht auch nochmal ein Anhaltspunkt aber ich werde jetzt erstmal der Sache in Winters nachgehen ich konnte damals bei den Bunnies nichts machen aber die werde ich doch mit dem Eraser Eraser auch nicht wegmachen können oder oh der Weg ist so ätzend ne ich glaube ich werde euch da auch nochmal rausschneiden aber kann dann schon wieder nicht dafür garantieren dass die Partlänge hier irgendwie sinnvoll sein wird und passend am Ende aber mal gucken unterwegs werde ich eh wieder in Kämpfe verwickelt und hier und da vielleicht ein Level Up mitnehmen mal schauen boah hat das lange gedauert hat das lange gedauert aber hey Ende gut alles gut so dieser Punkt hier in der Mitte den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm überhaupt nicht ich weiß gar nicht mehr ich bin hier glaube ich mal kurz drin gewesen ich weiß nicht warum ich mich dagegen entschieden hatte hier weiter zu gucken hier waren wir doch noch nicht oder ne daran hätte ich mich erinnert warum bin ich damals diesen Weg nicht lang gelaufen kriegt das jemand von euch besser rekonstruiert als ich ich vermute dass wir in die Höhle hier reingekommen sind aber nicht in diesem Bereich wo ich mich jetzt gerade bewege aber keine Ahnung alles klar das ist hier mehr als deutlich dass jetzt hier das Item zum Einsatz kommt aber ey krass ich finde dass der Hint-Typ hier zumindest auf Stonehenge irgendwie hätte hinweisen können ich hätte jetzt keine Ahnung wie lange noch weiter suchen können ich wäre nie auf die Idee gekommen hier nochmal nachzugucken aber das hatte ich ja schon öfter im Spiel ich meine so langsam so langsam gewöhne ich mich da fast schon dran das allererste Mal ist es immer am schlimmsten wenn ich dann feststelle ich weiß nicht wie der Weg weiter geht oder wo ich hin muss die Iron Eraser Statue disappeared in an instant weil dann denke ich mir immer okay jetzt gibt es kein zurück mehr jetzt wirst du nie sagen können du hast das komplett aus eigener Kraft und aus freien Stücken irgendwie bewerkstelligt bekommen was ist das denn hier für ein komisches Gebiet aber ganz ehrlich ob ich am Ende einmal nachschauen muss oder dreimal das ist dann auch egal ich freue mich immer wenn ich das schaffe ohne nachzugucken aber hier hier bin ich schon wieder dankbar für das bisschen Nebenzeit was ich mir dadurch wieder reingeholt habe okay ich wollte gerade fragen gibt es hier Gegner Gegner gibt es nicht aber scheinbar Schmetterlinge mal gucken wie lange das hier noch so bleibt ich fühle mich gerade ein ganz kleines bisschen an ein Gebiet in Tales of Berseria erinnert you won die kennen wir aber noch nicht den Gegner oder 5800 ernsthaft und der Kampf ist nicht durchgeführt worden ich habe auf dem Weg nach Stonehenge habe ich gegen Krokodile kämpfen müssen die haben mir ein Appel und ein Ei an Erfahrung gegeben und das hier ja das ist krass das ist auf jeden Fall absolut neuer Rekord bei Kämpfen die wir nicht durchführen müssen äh im Verhältnis zum zum Outcome das ist echt aber der jetzt doch oder nicht ja jetzt bekommen wir den doch mal zu sehen den Starman das heißt die sind so ganz knapp an der Grenze Levelmäßig oder was dass wir die mal bekämpfen müssen und mal nicht ich check das nicht oder das liegt daran dass ich den letzten halt tatsächlich hinterrücks erwischt habe ne kann auch sein dass das dass dieser Kampfvorteil dann dazu führt dass dass am Ende doch auch dieses Kriterium darüber entscheidet ob man kämpfen muss oder nicht aber keine Ahnung ich wusste dass Peter daneben haut ich habe es richtig im nicht vorhandenen Sack gehabt so Peter was los der tut gerade so als hätte ich ihm die Sumpfwaffe angelegt aber die hat er nicht ey wenn der Typ jetzt einmal zum Angriff ausholt ich wette der hat richtig was auf dem Kasten der wird bestimmt diesen diesen Starzauber von Olaf wird der bestimmt casten können so ich habe jetzt aber zwei Wege rechts oder links ich laufe jetzt glaube ich hier erstmal weiter wenn ich hier schon mal bin ich würde eigentlich lieber erstmal links gucken aber ach du grüne neune ich wollte wieder zurück Gegner war zu schnell und dann ist es auch noch der ganz schlecht ganz ganz schlecht jetzt bin ich schon wieder sauer bin ich schon wieder richtig jetzt kann ich schon wieder Dinge gegen den Monitor schmeißen weil diese Gegner einfach viel zu schnell sind war das nicht am Anfang auch ein anderer Gegner hatte der ich meine dass da am Anfang noch der war den wir gerade eben bekämpft haben ich habe diesen hier gar nicht kommen sehen ich weiß ja eigentlich dass die schnell sind aber ich glaube der hat sich hier irgendwie hässlich reingemogelt ich weiß es nicht so der hat jetzt Feuer eingesetzt das heißt der wird gegen Eis empfindlich sein der ist genau andersrum äh andersrum verglichen mit dem den wir in Winters angetroffen haben also den habt ihr heute gar nicht gesehen weil ich den ganzen Weg ja rausgeschnitten hab what Freeze hat mir hier auch nicht geholfen das wird ja immer besser aber der setzt doch ach ne der hat auch Freeze hat der nicht zur Begrüßung Feier eingesetzt jetzt geht das schon wieder los mit diesen ekelhaften Schadensmengen ey aber der Geist ist weg kann er jetzt bitte einfach draufgehen damit Olaf wenigstens eine Überlebenschance hat danke boah ey ich wette es lohnt sich auch vor allen Dingen überhaupt gar nicht zurück zu gehen weil guck den den hatte ich gerade im Sinn ich hab's mir nicht eingebildet da stand gerade nämlich noch ein anderer der hat sich der war nicht sichtbar der der mich gerade angegriffen hat sonst hätte ich dem nicht den Rücken zugedreht so äh Olaf braucht Hilfe Olaf braucht Hilfe die wir ihm geben können und nicht nur Olaf sondern auch die gute Mandy wird jetzt ein bisschen stabilisiert so und dann gehe ich auf die andere Seite nur um wahrscheinlich gleich festzustellen dass ich eh auf die gleiche Ebene komme aber dann ist auch das okay nein das ist echt ich sag dazu nix mehr das sieht mir PP ab richtig geil das heißt wenn ich stehen bleibe bin ich vor diesen Gegnern einfach nicht sicher das heißt stehen bleiben ist hier generell einfach eine dumme Idee weil die sich einfach quer durchs Feld porten können oder einfach sich hinter dich porten können so wenn du nix machst wenn du nix machst ich kann nicht mehr richtig reden alles klar dann bleibe ich jetzt ab jetzt nonstop in Bewegung ob mich das am Ende bewahrt vor solchen Übergriffen wird sich zeigen das müssen wir dann wohl herausfinden aber wenigstens nimmt er mir in nicht allzu schlimmer Größenordnung hier PP weg das ist in Ordnung wir hatten ganz am Anfang des Spiels hatten wir das so waren das nicht Pflanzengegner oder so die im zweistelligen Bereich auch PP abgezwackt haben muss nicht sein braucht kein Mensch so ich hau jetzt ab ich will euch nicht in Nervt einpassen ich muss jetzt trotzdem ganz kurz gucken hat jemand gerade irgendwie doll viel verloren ich hab schon wieder nicht aufgepasst ja reif ein bisschen aber ist noch zu wenig um jetzt hier nochmal den Heiler raushängen zu lassen so ich hoffe dass das die gleiche Ebene ist und dass dieser Weg irgendwie zusammengeführt wird mit dem anderen den wir da noch hatten spicy jerky ralf takes it hatten wir sowas schon mal jemals im Inventar ich weiß es nicht aber wir gucken das wird irgendein Gewürz sein was wir wahrscheinlich auf unser Essen raufpappen können oder ich esse ich dann das Rezept oder hab ich hier schon die eigentliche Heilung das hab ich jetzt aus dem Text irgendwie nicht entnehmen können ich würde nämlich sagen dass das nur das Rezept ist da oben da oben ist der Weg wo ich gerade abgemurkst wurde ja ich müsste oh jetzt sind die ganzen Gegner wieder da ich verlasse mich einfach darauf dass es genau so ist okay ansonsten habe ich dann jetzt was übersehen aber dann dann ist das so das sieht ein bisschen nach Bossecke aus die Fläche hier ist viel zu groß um gegen keinen Gegner zu kämpfen bin ich hier nicht hergekommen ich bin nicht doch hergekommen irgendwas stimmt hier nicht oh nein okay weißt du was ich gehe jetzt einmal bis zum Schluss durch nur um mich zu vergewissern dass meine Theorie Event ne okay vergesse meine Theorien was sind schon meine Theorien gar nichts sind sie ich habe eine Kapsel ich kann jemandem Guts geben haben wir schon lange nicht mehr gefunden vielleicht ist das sogar die erste Guts Kapsel kein Plan so Mandy 29 Ralf 29 Olaf 16 44 ich würde glaube ich am ehesten ich kann es nicht begründen weil ich jetzt nicht zu 100% weiß äh was Guts jetzt konkret macht ich glaube Guts hat auch die kritische also die Rate von kritischen Treffern auch erhöht äh bin mir nicht sicher ich werde es Ralf geben vielleicht hat das auch was mit der Verteidigung zu tun ich weiß es nicht ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen weil ich den oberen Weg nicht nochmal zurückgelaufen bin aber ey die Wahrscheinlichkeit liegt doch bei mindestens 98% dass meine Theorie stimmt oder dass wir dort schon mal gestanden haben so rein vom Aufbau ich meine ich habe nicht die allerbeste Mindmap wenn es darum geht mir so Karten äh Strukturen zu merken aber doch ich glaube ich kann mich halbwegs safe fühlen ich hatte ich gerade Glück hier ist das Spiel relativ gnädig mit mir gewesen als ich den nämlich hab äh spawnen sehen dachte ich für einen kurzen Moment jetzt habe ich schon wieder einer der mir in den Rücken fällt aber ist nicht so bei denen ist das Schöne dass denen auch Freeze wehtut das heißt den kriege ich in einer Runde down wenn alle anderen treffen glaube ich ich meine das war vorhin so das Problem ist dass wir so langsam sind manchmal diesmal hat das geklappt dass wir manchmal so langsam sind dass er dann trotzdem nochmal angreifen kann oder vorhin hat einfach jemand daneben gehauen und der kam deshalb zum Angreifen das habe ich nicht genau genug eruiert Power of Psy Flash da haben wir die nächste Stufe sehr cool in manchen kämpfen sehr hilfreich in anderen nicht eigentlich genauso wie es sein soll das weiß ich was sonst die Gegner hier wenigstens in Ruhe ey die sind ja nicht per se schlecht also die da oben die mag ich gar nicht weil die so schnell sind aber gegen die hier kämpfe ich gerne wird der jetzt der wird einfach rausgeschnitten das ist so krass das ist so krass weil der eigentlich voll was auf dem Kasten hat das hier ist wirklich eine ziemliche Experience Level Quelle so ist halt ein bisschen Risky auch weil äh oh nein oh nein was habe ich getan ich komme hier nicht mehr raus ich komme hier nicht mehr raus ich bin verdammt hier mein Ende zu finden so jetzt ist der aber alleine alleine kriege ich das glaube ich gerade noch so hin ich gucke mal ob das ausreicht wenn ich jetzt mit jedem einmal angreife ohne hier ja na gut wenn sie einmal rumsmasht dann dann brauchen wir uns sowieso keine Sorgen zu machen oh nein 19 nur 19 nur aber das liegt nur daran dass Mandy das so gut verträgt oder ich glaube bei Olaf hätte er damit deutlich mehr Damage ausgeteilt kann das sein dass ihre Magieabwehr besser ist als die von anderen I don't know ich kenne die Stats meiner Leute nicht das ist ein bisschen traurig aber ich bin auf jeden Fall froh dass sie sich hier gerade so wacker geschlagen hat so ich gehe jetzt weiter vielleicht ist der Otto hier auch noch gar nicht zu Ende einfach mal gucken ich wollte gerade sagen hier geht es jetzt erst richtig los aber das sieht das hier sieht nämlich wieder so ein bisschen so aus wie dort wo ich vor ein paar Minuten kehrt gemacht habe und wieder zurückgehen wollte die ähneln sich extrem die ganzen Räume hier wird das jetzt auch ausgeschnitten oh der ist neu okay sogar wieder mit neuem Hintergrund mega spannend aber der wird schon wieder einen Angriff haben der meine ganze Gruppe One-Hit ausräuchern kann wetten wetten wir ich würde alles alles würde ich darauf verwetten dass das so ist so ich greife mit dir jetzt normal an mit dir werde ich auf jeden Fall zaubern Frage ist nur was ich glaube ich greife hier mal ein bisschen in die Trickkiste und nehme einen etwas teureren Freeze du greifst normal an und du wirst jetzt Starstorm einsetzen ist zwar teuer aber egal ich habe Angst vor dem zeigt mir schon so ein bisschen den Vogel seht ihr das der deutet das ein bisschen an oder der zeigt dass ihm da oben irgendwas fehlt ich finde diesen Gegner ja leider sehr cute muss ich sagen exploded in two bits sonst geht natürlich auf alle unfassbar dieses explodieren von Gegnern am Ende das ist so eine eklige Marotte hier in dem Spiel das ist so das würde ich am liebsten rausschneiden weißt du so eine dicke fette Gartenschere in die Hand nehmen einmal ratsch und zack musst du dich nie wieder damit rumplagen aber geht halt nicht so Mandy jetzt müssen wir euch alle leider einmal wieder durchheilen es nützt alles nüscht das Spiel will es nicht anders ich glaube ich kann das auch nicht irgendwie verhindern oder unterbinden oder so du musst einfach den Schaden fressen egal wie gut oder schlecht du bisher in dem Spiel zurecht gekommen bist könnte sein dass das das erste mal zwei sind ne die nimmt man sich ja auch einzeln vor das ist auch interessant Olaf hat ein Level Up sehr gut auch wenn das Level Up selber scheinbar eher weniger sehr gut ist aber oder eher weniger gut ist nein ey ich hab den Hinterrücks erwischt oh oh zwei von denen okay ich brauch einen Plan ähm Mandy wird jetzt den rechten mit einer mit einem stärkeren Zauber attackieren alle anderen konzentrieren sich auf links weil Olaf wird auch den rechts einmal angreifen das gute ist dass Mandy als erstes rankommt schafft sie den alleine nee schafft sie es mit Olafs Hilfe nee auch nicht wie viel Energie hat der denn oh dann habe ich das sehr sehr schlecht jetzt hier gemacht weil dann werde ich jetzt zweimal wenn es schlecht läuft Schaden fressen drain ja oder muss dann ja büßen muss dann büßen indem ich federn lasse und schmerzlich meine ach so wertvollen PP abgeben muss ich wette der hatte nur noch zwei HP über der rechte gerade ey das blöde ist ich kann den Part jetzt hier nicht ohne weiteres beenden weil die Gegner sich bewegen auch wenn ich stillstehe ich muss jetzt irgendwie eine ruhige Ecke finden ich bin jetzt schon bei weit über einer Stunde keine Ahnung was hier am Ende übrig bleibt das übliche Dilemma aber ich glaube heute wird das wirklich ein bisschen länger habe ich so den Eindruck oh nein hier ist schon wieder der schlimmster Gegner einfach aller schlimmster aber wieder zurücklaufen und hoffen dass der dann da nicht mehr spawnt bringt dann an anderer Stelle wieder Gegner die mir dann auch wieder in den Rücken fallen können das ist ja du kommst ja einfach von einer Ekelgegend in die nächste das ist einfach nur bösartig das Spiel ist einfach nur bösartig so Ralf greift nochmal an und Olaf wird jetzt nicht mehr seinen Star Zauber einsetzen aber der kann von mir aus auch nochmal freezen weil der Star Zauber der ist ein bisschen zu teuer guck mal das hier reicht doch auch ja ich hätte das mit Olaf nicht machen müssen beim nächsten Mal weiß ich es besser guck mal der ist echt empfindlich so jetzt drücke ich ganz schnell ganz schnell damit der Kampf schnell vorbeigeht und die Zahlen nicht so weiter runter rattern ja das ist das einzige was ich hier tun kann Mandy hat ein Level up Offense geht nach oben Defense oh oh es gab ein oh baby I'm very happy about that so heilen oder nicht heilen das ist jetzt die Frage ich glaube Mandy wird einmal Heilung abbekommen beim Rest belastet die kleine hätte glaube ich ausgereicht egal warum ging nochmal glimpflich aus aber man muss sein Glück ja auch nicht künstlich auf die Probe stellen und schon wieder du kannst aber auch nichts dagegen machen du bist dem einfach völlig hilflos ausgeliefert genauso wie jetzt dem Gegner fast schon wieder du musst einfach akzeptieren ach du grüne neune wie viele nein da oben wäre die Sackgasse gewesen Mist verdammter Mist 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 aber der Kampf der findet jetzt hier nicht statt so Leute ich werde jetzt hier mitten im Getümmel den Part beenden müssen weil der Part hat für mich persönlich gerade maximalste Überlänge ich werde ja direkt den nächsten dann im Anschluss aufnehmen wir werden dann erstmal zur Kiste nach oben weiter latschen oder wieder zurück latschen und dann hier den Weg weiterlaufen der ja scheinbar der richtige ist ich hoffe solange ich im Menü bin kann mir nichts passieren auf jeden Fall mega chaotischer Part mal wieder ich bedanke mich für eure Geduld und fürs dabei sein heute und würde mich sehr freuen wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und einschaltet macht's gut ihr Lieben und bis dann ciao